Hallo, mein Name ist Söker Ferrari von ElectroRoller Futura und in diesem Video präsentiere ich euch den ElectroRoller Sky 2. Und in dem Video machen wir eine kleine Probefahrt und ich will euch die neuesten Features von dem ElectroRoller Sky 2 zeigen. Zu kaufen gibt es den ElectroRoller Sky 2 für 970 Euro netto im Onlineshop von ElectroRoller Futura. Wir verkaufen ihn auch über Amazon und andere Plattformen, aber den günstigsten Preis findet man auf ElectroRoller Futura. Und das Besondere am ElectroRoller Sky 2 ist, dass er ein Pedalenscooter ist. Das bedeutet, dass er in Österreich und in der Schweiz ohne Führerschein gefahren werden darf. Er hat dort eine Straßenzulassung, in Deutschland aber nicht. Und das liegt daran, dass es dort spezielle Gesetze gibt für Pedalenscooter. Dort gilt er als Fahrrad. Und das Besondere am ElectroRoller Sky 2 ist, er ist eine Weiterentwicklung vom ElectroRoller Sky. Und dort gibt es, wir haben ein paar Neuerungen eingeführt und das Wichtigste ist, denke ich, wir haben hier eine 20 Ampere Batterie, Lithium Batterie verbaut. Damit hat man eine Reichweite von 60 Kilometern. Beim anderen Modell, beim Sky 1, hatten wir eine 12 Ampere Batterie. Der Roller hat dafür aber auch ungefähr 800 Euro netto, hat er nur gekostet. Aber wir haben jetzt auch noch Modelle da. Wie gesagt, kann man kaufen im Onlineshop von ElectroRoller Futura. Und die Neuerungen sind vor allem, dass wir jetzt ein LED-Licht haben auch. Wie gesagt, der große Akku. Wir haben einen 500 Watt Motor. Damit kann man ganz schnell auf 25 kmh kommen. Und wenn man die Trostel rausnehmen, fährt er 34 kmh. Die Trostel kann man selber rausnehmen. Wir haben Scheibenbremsen. Als weitere Neuerung haben wir, wie gesagt, Fußrasten noch. Und ich denke, auch was sehr besonders ist, ist unser starker Motor. So, jetzt möchte ich nochmal die einzelnen Details zeigen. Hier das LED-Licht. Da haben viele Kunden gesagt, wir wollen ein LED-Licht haben. Keine Glühlampe, wie beim Sky 1. Natürlich haben wir, wie gesagt, die Fußrasten neu. Wie man sieht, stehen wir aus schönem Aluminium. Unseren starken 500 Watt Motor. Hier sieht man unsere beiden Spiegel. Man hat natürlich ganz normal die Hupenlicht, Fernlicht, zwei Bremsen. Die Scheibenbremsen packen wirklich gut. Wir haben ein Lenkradschloss. Und des Weiteren haben wir auch ein Top Case, was auch inklusive ist für den Helm. Das Top Case ist abschließbar. Wie gesagt, auch das Akkufach ist natürlich abschließbar. Und wie man hier nochmal von hinten sehen kann, ist der Roller wirklich sehr, sehr schön verbaut. Wir haben eine schöne Federung. Wir haben ein Logo, E-Scooter Futura. Sonst nichts. Wir haben einen Doppelständer. Wir haben einen ganz normalen Seitenständer. Die Scheibenbremsen. Hier sieht man nochmal den Elektro-Roller einfach in der ganzen Breite. Ich denke, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Wie gesagt, und wie vorher hatten wir keine Scheibenbremsen. Jetzt haben wir Scheibenbremsen. Dadurch packt er wirklich viel, viel besser. Das LED-Licht ist wirklich sehr, sehr hell. Also ist perfekt für die Nacht. Und durch die Pedalen, auch wenn man der Akku sozusagen, wenn man mehr als 60 Kilometer fährt, kann man sich einfach noch mit den Pedalen weiter bewegen. Und jetzt machen wir nochmal die Probefahrt. Wie gesagt, wenn ihr das Video mögt, freuen wir uns, wenn ihr es liked, wenn ihr es teilt. Und wie gesagt, zu kaufen gibt es den Elektro-Roller im Shop von Elektro-Roll-Futura. Dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen, findest du auf unserer Homepage elektro-roller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektro-Roller, E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller-Futura. E-Bike und Elektro-Roller-Futura.